Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr seht das richtig, ich nehme meine Gameplays seit gestern, genauso wie die Facecam, in 2K auf. Ich renders nur noch nicht in 2K, weil ich erst noch eine Umfrage machen will, die ich heute mache, von Leuten, die mir sagen, ob sie 2K-Videos über ihr Handy und so gucken. Das Problem ist nämlich, manche Smartphones können es nicht. Und es bringt halt nichts in 2K zu rendern, wenn es eigentlich 95% nicht nutzen, weil, das ist nichts gegen die 5%, aber 2K-Videorendern dauert einfach dreimal so lange wie Full HD. Wenn euch also wundert, warum ich so fantastisch aussehe, ich sehe immer so fantastisch aus, weil ihr so geil seid und ich so geil bin und alles so geil ist. Ja, ihr seht es, Motivation ist da. Es ist auch ein witziges Thema heute. Aktuell haut ja Call of Duty Blogpost raus. Ich muss damit aufhören, ich weiß gar nicht warum. Und sie hauen ja Blogpost raus, wo sie über jetzt das Prestigesystem reden, über Waffen, die kommen und die verschiedensten Modi. Und sie machen so ein bisschen Trommelwirbel vor dem Release von Black Ops 6 jetzt am Freitag. Und wir haben einen großen Blogpost bekommen zum Thema Ricochet. Ich weiß, Leute, ihr kriegt schon wieder so Hirnaneurysmen überall und eure Augen quetschen so richtig raus und irgendwie, ihr werdet richtig sauer und so und so und so. Ricochet ist scheiße. Ja, Ricochet, das Anti-Cheat von Call of Duty ist wirklich bescheuert. Es ist eins der schlechtesten Anti-Cheats, die ich je gesehen habe. Und während wir alle paar Monate so ein neues Gimmick von denen bekommen, wie wenn jemand als Cheater deklariert wurde, was sie mit dem machen, also dass der keine Waffen mehr hat oder dass ihr für den plötzlich unsichtbar werdet oder dass er sich einfach nur noch im Kreis dreht, ist es halt so, dass neben dem Anti-Cheat, was über die Körneltreiber, also über die Treiber auf den PCs, wo es auch schon, wie das ist so ein durchgänger Kampf, Cheat gegen Anti-Cheat, und was wir alles haben, haben wir ja auch ein großes Problem. Und dieses große Problem sind unberechtigte Shadow Buns, wovon ihr andauernd betroffen seid, ich jetzt schon lange nicht mehr, was aber auch daran liegt, dass ich ja auch dieses Jahr nach drei, vier Monaten MB3 nicht mehr aktiv wirklich angefasst habe. Und wenn man ganz wenig spielt, kann man auch, oder gibt man nur ganz wenig Optionen, dass man gebannt wird. Ich habe in drei Jahren Call of Duty, ich glaube, vier Shadow Buns bekommen und bevor ich jetzt hier irgendwie auf jemanden eingehe, es gibt immer diese Hans Detlefs, die sagen, jeder, der einen Shadow Buns hatte, hat auf jeden Fall auch gecheatet. Halt die Fresse! Überleg doch mal, was du da sagst! Du hast gar keine Ahnung! Du hast wirklich gar keine Ahnung und trotzdem schreibst du es jedes Mal wieder. Und es gibt tatsächlich ein, zwei, die das immer schreiben, deswegen halt die Fresse! Shadow Buns kassiert ihr, entweder, weil ihr must-reported werdet, was super schnell passiert, wenn ihr einfach acht Stunden an einem Tag mal Shipman spielt und gute Runden habt, weil es gibt immer irgendwelche Bobs, die da sitzen und dann sagen, der kann aber nicht 80 Kids machen, das ist unmöglich! Und das sind so Bobs, die auf ihrer Couch sitzen, auf den Fernseher gucken und dann sagen, das kann aber alles nicht sein. Das heißt, ihr werdet die Shadow Buns, obwohl ihr nichts tut, einfach nur, weil jemand euch reportet und andere werden Shadow Buns und kommen in diese Lobbys dann rein, so wo ihr dann auch drin seid und ihr spielt mit ungefähr der Hälfte der Leute, die ungerechtfertigt Shadow Buns sind und mit der Hälfte, die wirklich gerechtfertigt Shadow Buns sind, die dann später ganz gebannt werden. Das ist alles ein Problem und daran will Ricochet jetzt arbeiten und deswegen ab zum Blogpost. Und bei solchen Blogposts ist immer das Geilste, weil dieses Problem mit den Shadow Buns und damit, dass es einfach in Warzone deutlich mehr und zu viele Cheater gibt als im Multiplayer, weil Warzone ist einfach... Also im Multiplayer habe ich in den letzten drei Jahren so wenig wirkliche Cheater gesehen, vielleicht fünf oder sechs Stück und in Warzone, wenn ihr euch die Clips von Streaman anguckt, es ist insane, es ist echt ein Virus geworden. Und hier ist dann das Geile, wenn sie schreiben, das Ricochet-Anti-Cheat-Team hat euer Feedback gehört. Das Feedback, gerade für die Shadow Buns, ist seit drei Jahren, also man kann es nicht mehr überhören, die Tatsache, dass ein AAA-Entwickler oder Publisher in dem Fall, Entwickler sind die Studios und der Publisher ist Activision, das aber immer noch auf die Reihe gekriegt hat zu ändern, ist Wahnsinn. Jetzt gehen sie aber auf die einzelnen Themen ein. Zum Beispiel, was macht Ricochet eigentlich? Und hier haben sie ihre einzelnen Funktionen, die das Anti-Cheat bedient. Also die Kernel-Treiber, die auf dem PC laufen, während ihr spielt und eben gucken sollen, ob Fremdsoftware in die Dateien des Games eingreift. Klient-Side und Server-Side Detections, also einmal von dem Server, einmal von euch aus. Dann Machine Learning Models, also AI, die nach Anomalien guckt, sowas wie 99% Headshot-Rate bei 1000 Kills und solche Sachen. Dann gibt es ein Replay-Investigation-Tool, also sie können sich Online-Runden im Nachgang nochmal angucken und gucken, wie ihr gespielt habt. Und dann eben Third-Party-Hardware-Detection, das ist dann sowas wie... Wo habe ich ihn? Wartet? Das ist dann sowas wie Kontrolle, ob bei eurem... Ich weiß, das ist einer der geilsten Kontrolle, die ich je gesehen habe. Ob da irgendwie ein Kronos-Kabel mittlerweile dran ist, ob da... Früher gab es bei Black Ops 3 so Rapid-Fire-Sticks und sowas. Das wird auch noch überprüft. Jetzt gehen sie darauf ein, wie beschützen wir Black Ops 6. Und hier ist es ganz faszinierend, und das ist das aller, aller interessanteste, während des Beta-Wochenendes haben sie verschiedenste neuen Technologien eingesetzt, die dafür sorgen sollen, dass Cheetah in Zukunft, jetzt passt auf, hört genau zu, innerhalb von einer Stunde, das sind weniger als 10 Multiplayer-Matches, in einer Stunde vom ersten Runde bis zur letzten Runde gebannt werden. Das ist das klare Ziel, was sie hier offen, offen, offen ausdrücken. We want to catch and remove Cheetahs within one hour of them being in the first match. Was sie in der Beta geschafft haben, ist, dass über 70% von Cheetern, und das sind alles die Zahlen, die im Blogpost stehen, man muss bei diesen Zahlen sehr vorsichtig sein. Sie werden natürlich nicht einfach nur so rumlügen. Auf der anderen Seite ist es Activision, und vielleicht lügen sie doch einfach rum. 70% aller Cheetah haben es nicht einmal geschafft, im Black Ops 6 Beta-Wochenende überhaupt die erste Runde zu starten, bevor sie direkt gebannt worden sind. Jetzt muss man sich natürlich mal reingucken, das sind Leute, die in einem Playtest, in einer Beta, wo keine Stats gerecordet werden, wo es um nichts geht, außer ein bisschen für sich zu testen, das sind Leute, die in dieser Beta schon am Cheaten sein wollen. Was für ein Hurensohn muss man auf der Welt denn sein, um so ein Verlierer zu sein? Das sind ja keine normal denkenden Menschen, die sind ja geisteskrank. Im zweiten Wochenende haben sie es geschafft, 25% von allen Bands ebenfalls wieder vor der aller, allerersten Runde rauszuhauen. Das heißt, die haben das Cheat-Programm runtergeladen, das Game gestartet, und bevor sie in die Match-Q kamen, waren die schon weg. Sie haben über 12.000 Accounts an den ersten beiden Wochenende gebannt. 12.000 Accounts. Dazu schreiben sie, unser Problem war, dass unsere neuen Technologien so hart am Triggern war, dass leider auch Leute gebannt worden sind, die offensichtlich nicht gebannt haben. Und das ist eines der größten Probleme, denn bisher hieß es immer so, wer in Call of Duty dauerhaft gebannt wird, und das ist die offizielle Aussage von Activision von vor eineinhalb Jahren, was ich euch in dem Video mal vorgestellt habe, auf dem Kanal noch, wer nachgucken will. Sie haben immer gesagt, wer offiziell dauerhaft gebannt wird in Call of Duty, dauerhaft, kein Shadowban zwei Wochen, du kommst wieder zurück, dauerhaft, keine Möglichkeit zurückzukommen, ist immer zu 100% am Cheaten gewesen oder der Account wurde für Cheaten benutzt. Hier ist es das allererste Mal, dass sie sagen, unsere Technologie war so weit oder so hart eingestellt, dass Leute gebannt worden sind, die es gar nicht waren, ihr seid alle wieder entbannt. Das ist ein Problem, denn wenn man eine Aussage trifft, die 100% beinhaltet, muss man sich daran messen lassen, und das haben sie hier wieder nicht geschafft. Das Spannendste hier dran ist, ist das hier, es gibt eine neue AI, die seitens Team Ricochet eingesetzt wurde, die das Gameplay von Spielern analysiert und auf Unterschiede achtet. Also, es gibt Unterschiede im Gameplay zwischen einem Spieler wie mir, der nicht cheatet, und einem Spieler wie dem anderen Kevin, der cheatet. Ob das jetzt das Movement ist oder sonstige Parameter, das weiß ich nicht, darauf gehen sie hier nicht ein, was auch Sinn macht, das ist ja ein ewiger Kampf zwischen Cheat und Anti-Cheat, aber diese AI soll mithelfen dabei. Hier, es wird neue Upgrades geben, wenn Rank Play dazu kommt. Rank Play ist eins der größten Cheater-Ansammlungen, die es gibt, deswegen habe ich null Interesse, es zu spielen, es ist absolut insane, wie viele cheaten. Und endlich etwas, was wir seit Jahren sagen, und zwar wird ein aktiver Blick von Staff, also von Mitarbeitern, von Ricochet, auf dem Leaderboard sein, denn wenn ihr euch manche Leaderboards im Multiplayer und in Ranked anguckt, dann braucht ihr euch nur die ersten 30 Spieler manchmal angucken, und die Hälfte davon ist offensichtlich mit Level 13 bei einer 800er KD am Cheaten, was für mich immer insane war, dass man darauf gar nicht eingegangen ist und dass man sich das gar nicht angeguckt hat. Und das Ganze gilt dann selbstverständlich auch für Warzone, dazu wird es aber nochmal separat ein Report geben mit neuen Tricks. So, was kommt jetzt also noch dazu? Hier sagen sie, Cheater können laufen und sich verstecken, aber es gibt halt immer einen Pfad, den sie hinterlassen. Es gibt immer eine Spur, ein Beweis, irgendwas, und er sagt, was ist, wenn diese Spur verschwindet? Das ist der Grund, warum wir da aktuell am meisten dran arbeiten. Cheat-Hersteller können vielleicht ihre Cheats aktiv verstecken, sie können aber nicht das Verhalten der Spieler verstecken, was man sich eben in Replays nochmal angucken kann. Und deswegen gucken sie sich an, wie Spieler spielen. Die guten, die schlechten Spieler, die langsamen Spieler, die neuen Spieler. Und anhand diesen Daten wird diese AI gefüttert und filtert dann daraus normales Verhalten zusätzlich zu Cheater-Verhalten. Das Problem bei sowas ist natürlich, man braucht für jedes neue Call of Duty erstmal die gesamten Daten. Und da reden wir von Millionen Runden, die da erstmal analysiert werden müssen. Das heißt, dieser Punkt des Anti-Cheats wird am Anfang natürlich gar nicht richtig funktionieren. Dafür müssen erstmal Runden gespielt werden. Man muss solche Aussagen immer mit Vorsicht genießen. Auf der anderen Seite ist es halt ein dedizierter Report und man muss ihnen den Benefit of the Doubt geben. Also man muss ihm im Zweifel sagen, ihr habt die Chance verdient, es uns zu zeigen, dass es besser wird. Hier sagen sie auch, wir arbeiten immer daran, das Problem zu lösen. Wir sind absolut committed dazu, through and through. Also im Deutschen übersetzt sowas wie, so hart das auch sein mag, es ist eins unserer größten Bestämen. Wir wollen dagegen angehen. Und das müssen sie auch, denn das glauben immer manche nicht, aber Cheater kosten solchen Unternehmen Geld. Und sie haben ja auch einige dicht gemacht tatsächlich. Unter anderem eben auch eine der größten. Also ihr kennt den Namen alle, ich brauche die jetzt nicht wieder nochmal vortragen. Was mich hier so ein bisschen allerdings verwundert hat, ist, dass auf diese Thematik mit den falschen Shadow Buns aktiv gar nicht so viel darauf eingegangen ist. Und das ist eins der frustrierendsten Sachen, die wir überhaupt haben. Zum einen geschadowbannt werden, obwohl man weiß, dass man nichts getan hat. Ihr seid, ohne dass euch jemand helfen kann, zwei Wochen geschadowbannt. Ihr könnt nach zwei Wochen erspielen. Und viele haben das Problem, dass sie dann ein paar Runden spielen und direkt wieder geschadowbannt werden, weil anscheinend diese Reports nicht gelöscht werden, die vorher waren. Und das zweite Problem ist, man muss auch immer gucken, wie das Ganze wahrgenommen wird. Wenn ihr 15 Runden Warzone spielt und einmal von einem Aimbot Cheater weggehauen werdet, werdet ihr an so einen Blogpost denken, an Chappis Video und sagen, ja, aber ganz ehrlich, ich war schon wieder ein Cheater. Es war dann vielleicht nur der eine in 15 Runden, aber es war der eine Cheater, der die Runde versaut hat, der euch wieder geärgert hat, der euch genervt hat, verständlicherweise. Und dann kommt dieses Gefühl, dieses Anti-Cheat bringt sowieso nichts. Ich persönlich bin einer der größten Verfechter von einem guten Anti-Cheat. Es ist super wichtig, es ist absurd, was für absolut schlechte Spieler mit Cheats umherlaufen, die selbst mit Cheats richtig schlecht sind. Und natürlich hoffe ich, dass Team Ricochet und dieses Anti-Cheat für den Multiplayer und für Warzone dieses Jahr reinhaut, dieses Jahr und nächstes Jahr. Das, was sie schreiben, klingt für mich gut. Das, was sie schreiben, klingt für mich sinnvoll. Ob es wirklich am Ende so funktioniert, das müsst ihr bewerten, das muss ich bewerten. Leute, ich würde mich über ein Like und ein Abo auf dem Video freuen. Morgen kommt das nächste Video zu Delta Force. Das ist eins der geilsten Games, die ich die letzten Jahre gespielt habe. Nur noch heute können wir spielen, dann ist ein bisschen Pause und irgendwann, in den nächsten sechs Wochen, kommt der Early Access Release. Free to Play, einer der besten Shooter, die ich je gespielt habe. Und diese Woche kommt auch noch etwas zu Black Ops 6 und dann ab Freitag, 17, 18, 19 Uhr, ausgeschlafen, mit Essen im Bauch, geht's in den Tarnungs-Crind. Ich möchte meine Tarnung erspielen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, genießt den Abend. Und habt euch gern. Ciao.